hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video hier auf meinem kanal schön dass ihr wieder eingeschaltet habt heute gibt es das traurigste video aus meinem repertoire nämlich den book unhaul ich habe jetzt im dezember beziehungsweise im november und oktober sehr sehr viele neue bücher hier einziehen lassen es war buchmesse es war christmas bei christmas habe ich gegebenenfalls ein buch bekommen wo ich dann auch noch die folgebände gekauft habe weil es mir so gut gefallen hat und demnach habe ich mir gedacht ich muss jetzt langsam mal wieder ein paar bücher aussortieren ihr kennt das ja ihr habt bücher im regal wo ihr dann denkt die sind so schön auch wenn sie euch eigentlich nicht gefallen haben aber sie sehen im regal auch so schön aus und ganz ehrlich ich muss mich einfach mal lernen von dem gedanken zu verabschieden dass ich bücher die mir vom inhalt ja nicht so gefallen haben oder von denen ich weiß dass ich sie einfach nicht mehr lesen werde einfach mal anfangen sollte auszusortieren das macht mein bücherregal zwar leerer aber ich habe hier ich sage euch das ist der bücherstapel von pisa auf meiner couch lehne ich kann euch mal ganz kurz zeigen da und das ist nur zeug das ist nur zeug das ich noch im regal einsortieren möchte und zusätzlich liegen im regal auf dem untersten boden auch noch bücher die ich einsortieren nicht so ich muss euch ein bisschen wegschieben und die stapeln sich einfach weil im regal kein platz ist an der stelle wo ich sie gerne stehen hätte das heißt ich müsste eigentlich noch mal ein komplettes regal umräumen und eine bookshelf neuordnungsaktion starten da habe ich euch ja mal mit der kamera mitgenommen um einfach platz für alle zu finden und ja eventuell machen ich das im neuen jahr auch mal dann nehme ich euch natürlich auch wieder mit ich habe es aber tatsächlich geschafft mich von vier büchern zu trennen und die möchte ich euch heute sehr sehr gerne vorstellen lange rede kurzer sinn wir starten jetzt mit dem ersten video mit dem ersten buch das ich aussortiert habe und da ist es mir tatsächlich auch nicht so einfach gefallen weil ich die autorin sehr sehr gerne mag weil ich den verlag sehr sehr gerne mag aber ich mir wirklich nicht sicher bin ob ich das ganze weiterführen möchte und zwar spreche ich von dark ivy wenn ich falle ist der erste band der die logie ich habe wirklich lange hin und her überlegt wie ich das buch finden soll ich mag nikolaus schreibstil sehr sehr gerne ich mag auch dieses setting auf der schule aber irgendwie konnte mich weder der männliche charakter noch die weibliche protagonistin extrem überzeugen er war eigentlich noch schlimmer als sie für mich und ja dieses dieses gefühl zwischen den beiden ist bei mir einfach nicht aufgekommen da gab es auch eine szene wo die beiden etwas sich etwas näher kamen und ich fand dies so cringe ich habe das buch parallel mit einer freundin gelesen und oder eine freundin hat es gelesen ich habe es gelesen zufällig zur gleichen zeit und da habe ich dann auch mal gesagt warst du schon an der szene die sagte ja das war ganz ganz seltsam dann kam noch erschwerend hinzu dass mich das ende absolut genervt hat nicht per se was passiert ist und dann auch wieder das verhalten des männlichen charakters man hat für den cliffhanger gebraucht aber fand die lösung nicht so klasse und eigentlich sollte der zweite band schon dieses jahr erscheinen aber da gab es wohl um im privaten umfeld von nikola irgendwie eine verzögerung das buch erscheint jetzt erst nächstes jahr und je länger ich darüber nachdenke ob ich es lesen möchte oder nicht komme ich zu dem entschluss dass ich es einfach nicht lesen möchte und ich denke dann ist es auch völlig in ordnung wenn ich band eins dann auch jetzt ausziehen lasse ich verrate euch aber jetzt natürlich wie immer noch gerne um was es in dem ersten band geht wenn ich falle hältst du mich freunde finden das ist alles was eden collins sich wünscht als sie mit einem stiefendium an die traditionsreiche woodford academy kommt nach einem tragischen todesfall war das letzte highschool ja die hölle das getuschel die anklagenden blicke das allein sein jetzt will sie einfach nur noch dazu gehören und neu starten allerdings ist das gar nicht so leicht schon in ihrem ersten kurs bricht ihnen beinahe zusammen als sie bei einem sozialen experiment an ihre geheimnisse erinnert wird und es ist ausgerechnet william grantem der dritte der das bemerkt ausgerechnet der ebenso faszinierende wie abweisende millionenerbe mit dem sie bereits aneinander geraten ist dann habe ich mich dazu entschieden eine komplette reihe auszusortieren das klingt jetzt erstmal super viel aber es ist tatsächlich nur eine dialogie also sind zwei bände und die habe ich beide in diesem lesejahr quasi gelesen und sie haben mir eigentlich auch ganz gut gefallen aber es sind beides bücher die ich oder von denen ich sagen kann dass ich sie definitiv nicht mehr lesen werde und sie sind zwar auch ganz hübsch aber ja ich werde sie nicht mehr lesen sie werden einfach nur hier stehen und verstauben und ich habe beschlossen dass ich die einer guten freundin einfach jetzt zu weihnachten schenke wir haben eigentlich gesagt wir schenken uns nichts aber ich finde es eigentlich immer ganz schön wenn man dann doch jemanden überraschung machen kann vor allem weil sie kein so gutes jahr hatte und irgendwie ist mir jetzt danach ihr die zu schenken es waren auch beides rezensionsexemplare das heißt ich würde sie sowieso nicht verkaufen und daher kriegt sie die jetzt und jetzt zeige ich euch natürlich auch um welche es geht sind zum einmal in jedem augenblick nur du und in jedem augenblick ein wir von jennifer wiley hier geht es um ich werde euch natürlich noch die klappentexte zu beiden gleich vorlesen ich muss sagen der zweite band hat mir einen ticken besser gefallen weil ich die protagonistin lou sehr sehr süß fand und den protagonistin jesper hieß er glaube ich genau im ersten band auch schon ganz cool fand es ist auch so eine so eine story rund um eine schule nenne ich das mal also die wohnen zwar irgendwie dann in einer großen wg zusammen alle mann aber es geht trotzdem sehr sehr viel um eine schule die sich dem umweltschutz verschrieben hat deshalb habe ich die reihe eigentlich auch ins visier genommen weil ich das thema eigentlich ganz interessant fand und wissen wollte wie die autorin das umsetzt mir war es dann ein bisschen zu umweltschutz lastig so nicht dass das thema mich dann plötzlich nicht mehr interessiert hat aber ja mir kam halt manches sehr sehr rabiat vor nenne ich jetzt einfach mal viele dinge die die schüler die aktivisten da geplant haben waren halt ja sehr aggressiv würde ich sagen mal behaupten und und ja irgendwie konnte mich die thematik und dieses setting dann doch nicht so ganz überzeugen was sind deine geheimen wünsche mit dem studienbeginn an der lullaby university wird für hazel ein traum war nach ihren lungentransplantation hat sie sich gezielt dort beworben und nicht nur weil es eine top uni für ihr wunschfach umweltwissenschaften ist über den für sie wichtigsten grund warum sie an der lbu ist spricht sie mit niemandem bis sie louis kennenlernt seine ruhige verlässliche art beeindruckt sie so sehr dass sie sich ihm anvertraut louis verspricht sie zu unterstützen doch auch er trägt eine last von der sie sich nicht doch doch auch er trägt eine last von der sie nichts ahnt beide kommen sich näher und näher bis sie eine entdeckung machen die sie auseinanderreißt und in band zwei heißt es zwei gebrochene herzen und ein plan der alles verändern könnte perfektionistin lou tut alles um ihre düsteren erinnerungen an eine frühere beziehung in schach zu halten am besten gelingt ihr das wenn sie sich in ihrem studium an der lullaby university und ihren zahlreichen projekten verliert bei einem ihrer nächtlichen arbeitsmarathons trifft sie in der küche auf ihren mitbewohner jespa der nach dem tod seiner ersten großen liebe wie ausgewechselt ist war er früher immer gut drauf und fiel ihm das lernen leicht ist er nur noch ein schatten seiner selbst spontan treffen sie eine abmachung louis steht jespa bei den kommenden prüfungen bei dafür hilft er ihr aus ihrem alltag auszubrechen und die abenteuer und träume zu verwirklichen nach denen sie sich insgesamt sehnt dabei kommen sich lou und jespa immer näher doch beide sind nun unsicher wie viel ihr gebrochenes herz ertragen kann und last but not least darf noch ein viertes buch hier ausziehen und zwar ist das der reihenauftakt der ballad der academy von maren vivien haase ich habe im lesemonat ja schon darüber gesprochen was mich daran gestört hat und auch jetzt im nachgang habe ich mir das nochmal überlegt möchte ich das wirklich ad acta legen weil mir der reihenauftakt nicht gefallen hat will ich die reihe wirklich nicht weiterlesen oder gebe ich dem ganzen doch noch einmal eine chance ich habe mich jetzt dazu entschieden dass ich die reihe nicht weiterlesen weiterführen werde weil mir einfach die erste band nicht so gut gefallen hat zum ersten hat mir das setting einfach nicht gefallen es geht um fechten es geht um schwimmen schwimmen mag ich ja eigentlich in der regel noch aber irgendwie ja waren das zwei dinge mit denen ich gar nichts anfangen konnte dann hieß das ganze es ist eine oder es hieß es ist eine sport akademie und irgendwie ging es in dem buch dann doch super wenig um sport oder machen ist da irgendwie nicht so in die tiefe gegangen wo ich mir dachte wenn du schon eine reihe schreibst die sich dem sport verschrieben hat dann muss da mehr tiefgang sein meiner meinung nach und ich bin auch einfach mit den protagonisten nicht warm geworden die beiden starten schon mit einer lüge und ich finde geschichten die auf einer lüge aufbauen immer schon sehr sehr schwierig weil ich einfach ein super ehrlicher mensch bin und ich hasse nichts mehr als wenn leute sich gegenseitig anlügen das ist für mich einfach absolut rotes tuch bei vielen büchern wird das dann ganz gut gelöst hier hat es mir halt leider gar nicht gefallen und deshalb zieht das buch jetzt aus was wenn aus lügen gefühle werden nika bloom kann es kaum glauben sie darf an der elitären belle der academy in monaco studieren hier kann sie ihren traum von der karriere als profifechterin einen schritt näher kommen nika will dazugehören koste es was es wolle was sind da ein paar flunkereien um sich interessanter zu machen schwimmer ambrose kennedy steht schon immer im schatten seines bruders aaron als er nikas geheimnis entdeckt schlägt er ihr deshalb einen deal vor wenn nika sich an aaron heran macht und so seine leistung verschlechtert hilft er ihr dabei beliebter zu werden nika geht auf den handel ein muss sich aber bald fragen wie weit ist sie bereit für eine lüge zu gehen vor allem wenn ihr herz für jemand anderen schlägt ihr lieben das waren alle bücher die in diesem monat hier ausziehen müssen es sind nur vier aber dafür ist jetzt wieder platz für vier bis fünf je nach dicke um in meinem regal einsortiert zu werden das wird natürlich natürlich meinen turmstapel da nicht immens verringern aber es ist ein kleiner anfang ich bin sehr gespannt ob im dezember noch viele bücher hier einziehen tatsächlich habe ich mich bisher sehr zurückgehalten aber es kommt ja eben auch noch weihnachten und auch wenn ganz viele menschen sagen ein buch ist kein richtiges weihnachtsgeschenk frag mal einen bookie für uns sind bücher richtig gute weihnachtsgeschenke und das sollte man auch einfach akzeptieren wenn jemand zu mir sagt ich wünsche mir einen staubsauger dann schenke ich ihm ja auch keinen toaster oder mit dieser wunderschönen metapher verabschiede ich mich jetzt von euch wünsche euch noch einen wundervollen tag die sonne scheint habt fein genießt das leben und wir sehen uns beim nächsten mal wieder tschüss